Herzlich Willkommen, die Damen, ein Aktionismus, wenn Sie sich bitte Geduld mit Ihrem Aktionismus, bis die Informationsveranstaltung beendet ist, sonst müssen wir diese Veranstaltung kurz unterbrechen. Wir schätzen es sehr, dass Sie glauben, diese Informationsveranstaltung bereichern zu können, aber durch Aktionismus werden Sie wahrscheinlich den Anreinern nicht wirklich helfen können. Die nächste Frage bitte. Wer möchte die nächste Frage stellen? So, bitte hier die Dame, bitteschön. Dankeschön, danke für Ihr Kommen und auf Wiedersehen. Danke. Mein Name ist Anita Loretto und gleich hätte eine ganz unverschämtliche Frage. Gibt es da vorne Studierte Biologen? Jawohl, wer hat Biologie studiert? Hier einmal, zweimal, bitte sehr. Eine weitere Frage? Ich hätte die Frage, möchte ich bitte noch auf die Seite zu gehen, die da oben sind. Wir stehen neuer Lein, wir stehen euren Wenigster und dann, wenn wir alles gestohlen haben, verkaufen wir es euch wieder. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha.